Hallo, meine kleinen Lochnussmonsterchen und willkommen bei Part oder Folge 25 von der Runway Team Challenge. Mit mir, Missy. Und ja, wie gesagt, habe ich einfach Marcel und Marie umgestylt, also den Kleidung umgeändert und deren Zimmer gemacht. Das kann man auch hier gut sehen. Warte, ich gehe mal von einer anderen Perspektive. Es ist nicht viel drin. Ich wusste auch gar nicht, wie ich es eigentlich dekorieren möchte, weil ich mir gar nichts bei denen ausgedacht habe. Da ist der gute Marcel, auch in seinem neuen Outfit. Ich sage schon mal im Voraus, das sind alles Outfits aus fertigen Looks, weil ich einfach, ich kann einfach nicht Sims umstylen. Also vor allem Kleinkinder. Das geht bei mir gar nicht. Hallo, Sims macht mal mit. So, hier ist das Zimmer von Marie und hier ist das Zimmer von Marcel. Ich habe es jetzt so eingeteilt. Marie hat jetzt einfach die Kiste mit Büchern, äh Büchern und hier Spielzeugkiste. Und Marcel hat jetzt dieses Zelt und diese, wie heißt das, Klötzchen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe vergessen, ihm was noch zu geben. Das machen wir noch mal ganz schnell. Damit er auch mal was zum Essen bekommt. Sonst nicht, dass der verhungert oder so. Wird er sowieso nicht, aber... Ja, ich wollte es einfach so ein bisschen einteilen für die beiden. Damit sie einfach beide was haben. Und dann können die einfach schon mal anfangen zu brabbeln. Achso, hier. Du gehst auch mal jetzt zu den Katzen. Ich habe jetzt einfach Katzen genommen, weil ich fand, das finde ich einfach irgendwie süß. Und ja, es hat einfach gut gepasst. Und ich habe ja in letzter Folge gesagt, ich habe jetzt einfach nicht selber meinen Gedankenweg verstanden, wieso ich heikel genommen habe. Aber dann dachte ich mir so, komm, ich mache mal eine kleine Story rein. Beziehungsweise, ähm, Sandy liebt ja... Sie liebt über alles... Wie heißt das? Pink. Nee. Eigentlich dachte ich, sie mag Pink. Ah doch, hier. Ja, Grau, Pink, Violett und Weiß. Während ich rede, speichere ich mal das Spiel. Das habe ich vergessen. Nicht, dass es irgendwie jetzt abstürzt. War ja vorhin ganz gut. Ja, sie mag Pink. Und da dachte ich mir so, ihre eigene Tochter, die sie adoptieren hat, würde nur Pink tragen. Und sie möchte, dass das Kind nichts anderes außer Pink trägt. Und die liebe Marie, oder mit so Liebe, möchte nicht so viel Pink tragen. Deswegen hatte sie eine rebellische... Hatten sie eine rebellische Situation und das hat dem Mann nicht gefallen. Deswegen ist sie heikel. Ich hoffe, das macht einigermaßen Sinn und ihr versteht, was ich hier so eigentlich erzählen möchte. Spielen mit... Oh, wie süß! Drinnen spielen, Fantasie-Abenteuer spielen. Sie hat geschlafen. Oh, wie süß! Oh, ich möchte das unbedingt sehen. Let's go! Wir spielen jetzt nur noch den... Also, heute ist den Geburtstag und dann kommt noch Feiertag und dann kommt Gaias... Äh, Naias Geburtstag. Ist ja süß! Und dann ist es eigentlich... Eigentlich mit Dings vorbei. Oh! Komm mal! Oh! Oh! Oh, ist das süß! Kann mir niemand sagen, dass es anders ist. Was war gerade mit deiner Hand los? Ja, Fantasie erworben! Äh, Fantasie-Fähigkeit erworben. Ist das cool! Du musst mal zur Toilette zum Töpfchen und du möchtest schlafen. Dann machst du hier ein Nickerchen. Und du wirst Marcel beibringen, aufs Töpfchen zu gehen. Los! Oh, jetzt tanzt er nochmal! Oh, wie süß! Uiui! Hier funktioniert es anscheinend nicht mit den beiden. Alessia? Du kannst ruhig mit ihr mitkommen. Oh, total gestresst hier. Was hier? Passt holen. Ähm, sicherlich die... Die, 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 die Geschenke. Bist du Alessia? Bist du Alessia? Nee, das bist du nicht. Wo ist sie denn? Was haben wir denn hier? Ja, ähm, Projekt. Äh, wo haben wir es dann hier? Dann beginn vorsichtig zum Arbeiten. Züchten. Was haben wir hier in diesem Kasten? Das ist doch kein Spielkasten. Hä? Bin ich blöd? Oh, ja, klar bin ich blöd. Ei, ei, ei. Auf Spielkästen kann man ja nicht diese Sachen drauf machen. Ich, Jenny. Wieso sagt mir das niemand? Geht mal ja gar nicht. Hier, bitteschön. Okay, das ist jetzt alles hier richtig auf einen Haufen gemacht. Super. Ich hab Talent. Beides haben wir ja schon, okay. Dann verkaufen wir es einfach. Und euch kann man auch schon verkaufen. Immerhin wieder ein bisschen mehr Geld. Äh, hier. Oh, Sandy ist auch wieder zu Hause. Der geht's auch nicht super. Achso, du hast nichts zu verkaufen. Marcel möchte auch ein Nickerchen machen. Komm, spiel erst mal drinnen. Und dann geht's. Und du kannst auch jetzt, ähm, Marie beibringen, die man aufs Töpfchen geht. Und dann kannst du vielleicht ein bisschen Töchtel-Möchtel mit deiner Ehefrau haben. Wir wollen nicht, dass da irgendwelche Gefühle weg sind. Ah, Alessia, hier, kennenlernen. Hier, um Hilfe beim Projekt bitten. Geht ja auch immer gut auf Freundschaft. Hier, dann musst du die nochmal streicheln. Hier, um die Katzen kümmern muss man sich. Hallo, hallo, hallo. Okay. In einer Stunde musst du wieder los. Kritisch, kritisch. Ganz, ganz kritisch. Das Tornado sieht auch aus, als wäre hier ein Tornado durchgekommen. Oder wie auch immer man das sagt. Hä? Wo bist du? Wolltet ihr nicht Töchtel-Möchtel machen gehen? Hallo, Töchtel-Möchtel. Ja, na klar ist dir kalt, wenn du hier so halbnackig bist. Ach, naja. Wir haben jetzt leider keine Zeit. Hier bist du und du bist wo? Wieso bist du jetzt hier? Hä? Ich verstehe die Sims nicht. Nee, lass mich mal in Ruhe. Also. Naja. Rö, 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 rö. Hä? Das ist hier irgendwie blöd oder so? Hier liebevoll umarmen. Und sprechen beibringen. Wann hast du denn eigentlich wieder Geburtstag? Ah, die haben hier Geburtstag. Das ist gar nicht so lange. Und du hast dann wieder im Herbst Geburtstag. Okay. Kannst du eigentlich wieder in deiner Arbeit befördert werden? Ja, es geht. Das geht. Okay. So, und ihr beiden geht dann auch irgendwann wieder ins Techtelmechtel. Wieso geht das bei euch nicht? Die Freundschaft ist wieder ein bisschen runtergegangen. Hm, hm, hm. Oh, Mann. Abzuhängen? Na. Hey, Gaia, hier ist Björn. Hast du Lust, heute Abend mit mir abzuhängen? Nein. Nein, ganz sicherlich nicht. Was hast du denn schon wieder? Na, du gehst dann hier schlafen, wenn schon. Du hast wieder Hunger. Kleine Kinder sind echt anstrengend. Vor allem in den ersten Tagen. Umtauschen an... Umtauschen an... Kein Umtausch ohne Quittungsschild. Andererseits tut es wirklich gut, einmal nicht angeschrien zu werden. Soll sie netter zu den Leuten sein, die nett sind? Umtausch annehmen, umtausch ablehnen. Nee, sorry, ablehnen. Ja, Leistungsverbesserung klein. Ja, okay. Und die gehen jetzt Techtelmechtel machen. Super. Dann geht ihr beide schlafen. Ah ne, du musst nochmal verwenden. So, ich hab Durst. Ich trinke mal was. Ihr solltet auch mal was trinken vielleicht. Trinken ist immer gut. Was machst du noch bei uns genau? Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Genau. Geh wieder nach Hause. Ich brauch hier niemanden. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich dich wieder hier... Wieso ich es zugelassen habe, dass jemand kommt, den ich nicht kenne. Ach, Sims, Sims, Sims. Du hast nur Hunger. Okay. Reste essen. Und dann kannst du noch... Ah, du hast jetzt was gegessen. Dann streichelst du einfach mal Chili, loben und küssen. Was haben wir denn hier bekommen? Sie erhält jetzt 10 Simulions mehr pro Stunde, also insgesamt 68. Außerdem hat sie den folgenden Bonus erhalten. 1.128 Simulions. Cool, wir sind bei fast 30.000 Simulions. Sonst werden wir, beziehungsweise wird es, naja, bald gebrauchen. Ich glaube, sie braucht mal wieder... Sie muss mal wieder zum Gym. Also, muss nicht, aber es wäre schön, sie wieder da mal hinzunehmen. Und ich weiß, es ist gerade spät. Aber das machen wir mal jetzt. Es wird so lustig, oder? Einfach mal kurz zum Gym zu gehen. Sport zu machen. Und was weiß ich noch was. Ich könnte eigentlich Kopfhörer bestellen, ne? Stopp, stopp, stopp. Nochmal, nochmal. Entschuldigung. Wir machen das so. Wieso bist du wach, Marcel? Geh wieder ins Bett. Ach, gleich sind wieder sowieso alle wach, wenn wir weg sind. Hallo? Unerwisität. Unerwisität. Genau. Äh, Voidkreatur, Abenteuer, Rüstung, Samen, Geschenke. Hier, blaue, blau-grüne. Was ist denn? Rote. Ja, rot. So, und jetzt gehen wir los. Habe ich eigentlich irgendwelche neue Fitnessstudios platziert oder nicht? Oder ist das bei der anderen Let's Play? Doch, 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 doch. Wie heißt das? Palästrafit. Du gehst alleine hin. Vielleicht werden wir da irgendjemandem kindern. Wäre ja immer schön, ne? Ach ja, ach ja, ach ja, die Gaia. Das wird mit der interessant, mit der weiterzuspielen, weil ich vorhabe mit, ja, ich habe halt vor, mit Gaia weiterzuspielen. Wenn sie junge Erwachsene wird, wird sie ausziehen. Aber mehr werde ich jetzt nicht verraten. Ich verrate eigentlich voll viel. Man kann sich eigentlich schon denken, was ich vorhabe, aber irgendwie auch nicht. Ich kann aber auch wirklich nicht meinen Mund zuhalten, zulassen. Das geht irgendwie bei mir nicht. Ich muss einfach reden. Ich möchte euch sagen, was ich vorhabe, aber irgendwie möchte ich auch eine Überraschung machen. Irgendwie ja nicht. Oh, hier war ich ja noch. Also, ich war hier noch überhaupt nicht. Das sieht ja richtig cool aus. Darauf muss ich mal gehen. Oha. Was ist das? Oh. Okay. Ich ziehe jetzt erst mal die Toilette. Okay, hier zeigt es Mädels an. Aber wieso sind hier jetzt auch Männer? Okay, geh einfach schon mal hin. Dann werden wir... Ui, 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 ui. Hier oben trainieren. Wer bist du denn? Fitnesstrainer. Uh. Ist ja interessant. In der Zeit können die ja Fähigkeiten aufbauen. Kochen, mixen und bei Kindern geht's gar nicht. Wer ist hier denn, Krokett? Und hier ist noch so ein Whirlpool. Whirlpool. Oh, ich kann super reden. Oh, und hier kann man Schlittschuhe fahren. Sehr geil. Und die ist hingefallen. Super. Haben wir hier noch einen Trainer? Nee. Auch nicht. Na los, Gaia. Äh, na ja. Wieso verwechsel ich euch die ganze Zeit? Na okay, ihr habt ein ganz superähnlicher... ähm... Dings... Namen. Und hier. Ich hab hier bei ihrem Sportoutfit ihre Haare geändert. Längerzeit... Längerzeit... Nachbarsche... Äh... Ja. Lieblings... Okay, du hast keine Lieblingsmusik. Das heißt... Ich muss gut wählen. Hip-Hop? Wir machen einfach Hip-Hop. Hier sieht man... sieht man die Kopfhörer... Nee. Entschuldigung. Ohrhörer. Ja. Super. Stress geht runter. Da wird sie gleich glücklicher. Lilly Scots. Eine junge Erwachsene. Ich könnte gar nicht Sport machen, Musik zuhören und reden. Das wäre für mich einfach zu viel auf einmal. Ich bin zwar ein bisschen multitaskingfähig, aber nicht so. Das ist schon für mich zu viel. Entschuldigung. Muss sein. Oi. Vielleicht wird... Oi. Früher wollte ich ja... Das muss ich mir gleich wieder angucken. Früher wollte ich ja, dass... Äh... Naya und Kim beste Freunde werden. Fitness mag? Ja, kann sie machen. Ich wollte ja, dass... Äh... Naya und Kim beste Freunde werden. Doch, das hat ja nicht so ganz geklappt, wie ich es wollte. Und vielleicht wird sie ja... Wie hieß sie? Lilly Scots. Vielleicht wird ja Lilly ihre beste Freunde. Das wäre echt schön. Eigentlich habe ich auch gar nicht geplant, dass sie hier, ähm... Fitness mag. Was? Fitness und Kochen. Man... Man wird sehen schon, was sie noch so mögen wird. Bist du sehr müde? Ja, langsam schon. Es ist schon 4 Uhr morgens. Dann machen wir noch ein Level. Und dann gehen wir... Dann geht sie wieder nach Hause. Ja, Level 2. Und wir gehen jetzt wieder nach Hause. Entschuldigung. Aber die stinkt ja auch wirklich gerade. Hier kann man auch sehen, dass ich ihr Outfit, äh... Umgeändert habe. Ich finde, sie sieht schon voll cute aus. Ich mag ihre neuen Outfits. Kann ich auch irgendwann mal wieder zeigen. Wäre auch mal geeignet von den kleinen Kindern. Also von Marie und Marcel, die Kleidung zeigen. Weil das verdienen die auch. Dann macht mir das... Ich mach's einfach gerade schnell. Ist doch nicht so schlimm, oder? Hoffentlich. Auf einmal so, öh, ist super schlimm, ne, blä, blä. Ach ja. Simps geht schneller. Ja. Da... Ja? Ja, klar. Hören ihr Sims schon zu. So. Baden. Hier, schlafen. Du musst mal auf die Toilette... Blblblblblblblblblblblbl. Du um die Toilette. Und schlafen. Deine Ehefrau schlafen. Die Kinder eigentlich auch schlafen. Doch nicht schlafen. jetzt so Marcel beibringen und Essen kriegt er dann gleich auch. Und Essen geben an Marcel. Apfelmus. Ui, 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 ui. Das wird noch ganz schön anstrengend mit denen. Und er hat es jetzt Windel wechseln. Steht gar nicht mal hier zur Frage. Hallo, Windel wechseln hier. Dass Sandy einfach schon erwachsen ist. Ich weiß noch, als ich sie mal vor der, ich weiß noch ganz genau, als sie vor der Tür stand. Und ich hab sie einfach so auf Spaß mit Gaia angesprochen. Und dann ist mir die Idee aufgekommen, dass die beiden einfach so gut zusammenpassen würden. weil, ich bin mit euch ehrlich, früher war mein Plan, dass Gaia mit äh, mit ne, wie hieß der? Bruno. Eigentlich war mein Plan, dass sie mit, dass Gaia mit Bruno zusammen sein wird. Sebastian, krass, krass, krass. Aber es ist doch nicht so geworden, wie ich's wollte. Und jetzt sieht's aus, als, ja, Bruno ist halt ja vom Blitz gestorben. Also, er wurde ja vom Blitz getroffen. und ist halt dran gestorben. Und ich wollte es halt eigentlich nicht so, aber es ist so geworden. Und dann stand halt Sandy davor. Und ich labere die ganze Zeit um den heißen Brei herum. So, einfach sagen, was ich sagen möchte, aber es möchte nicht gesagt werden. War das jetzt überhaupt deutsch? das bezweifle ich. Ja, du, äh, äh, ah, stimmt. Aufs Töpfchen Winterfest. Ach, man. Vielleicht, 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 ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. das machen wir mal ins Inventar, ja, ja, und suchen jetzt nach einem Tannenbaum. Ne, 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 das machen wir hier, weil ich hab keine Ahnung, wie es hier genannt wurde, Jahreszeiten. Gibt's hier irgendwo tüßt und hier sind dann das, sieht doch gut aus, wird doch alles gut sein, super. Haben die jetzt auch einen freien Tag? Ja. Nicht Mama wecken, nicht Mama wecken, Mama ist schon wach, okay. Dann machen wir mal, ne, ne, trösten wir mal, äh, dann fragen, ob gut oder böse war, liebevoll umarmen, und dann kannst du nochmal spielen, hier. Du gehst nochmal ins Bett, dann kannst du hier rappeln und dann mit dem Spielzeug spielen. Gott, das mit der Freundschaft wird's mit den Kindern nicht so. So. Dekorieren. Yay, Dekoration. Das sieht ganz, ganz schön cool aus. Nice, nice. Geschenke hinzufügen. Dieses Licht, ja, Farbe, dieses Licht. So. So, nicht machen wir einfach. Zusammensingen machen wir, wenn alle wach sind. Wie geht's, Oreo? Oh, Mann. Du, bist du schon wach? Hier, komm, steh auf, füllen. Ja, jetzt hast du Muskelkater, ne? Du kannst auch mal ein, nee. Komm, Sandy, du machst ein Fest mal. und zwar ein festliches Frühstück. Geht doch. Hier, irgendwie festliche Stimmung. Gibt's hier auch Wintermusik? Ja, ne? Japanische Volksmusik. Jeder Macher Winterzauber. So. Und dann singen wir mal alle zusammen. Hopp. Ja, wir singen jetzt einfach das komische Lied. Oh, sie mag... Stimmt, habe ich das so eingestellt, dass sie Winterzaubermusik, das mag sie nicht. Stimmt. Hier hinzufügen halt. Oh, das funktioniert einfach nicht. Ich erkenne, dass sie sein food age lang sein Ich erkenne es, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Und naja, im Hintergrund denkt sich auch nur so, was mache ich hier? Wieso bin ich hier? Wieso, weshalb, warum? So, die Kinder haben Hunger. Also, Marie zumindest. Hier, ein Gericht nehmen. Der Marcel hat keinen Hunger. Ihm fehlt Spaß. So, Geschenke öffnen mit. Kinder wäre schwer. Ich glaube, ich lasse die Kinder erstmal oben. Kommt hier, meine lieben Schnuckelbärchen, Pupsilux, alles. Ja, Kommunikation. Öffne doch die Geschenke. Rechnung und Ignor... Nein. Wir ignorieren nicht die Rechnung. Na los. Hat ihn gesch... Was? Zukunftslöffel, verdunkeln, Pogonoko... Was auch immer. 2000 Unzen Gold und mehr... Hä? Was ist das denn? Sing mal mit deiner Schwester... Hier, irgendwelche winterlichen Interaktionen. Anti-Affen-Messer-Set. Was? Was habt ihr denn bekommen? Hier, du hast das hier bekommen. Okay. Äh, Fragen stellen. Mach mal. Und dann sollte auch im Inventar etwas sein, oder? Anti-Affen-Messer-Set. Oh, ist ja cool. Ich mach's mal hier hin. So. Und das ist... Ah, ist ja cool. Das verkaufe ich mal. Wieso haben wir sowas wieder? Und das kann auch weg. Müll. Super. Okay, ich mach das hier. Nee. Nee, nee, nee. Das sieht fancy aus. Das sieht lustig aus. Äh, nicht lustig. Gut. Einfach diese Stimmung. Wieso? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ach, ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch mit euch machen soll. Geh mal vielleicht ein bisschen Reden üben. Das hab ich einmal mit dir angefangen. Ich wollte ja, dass du auch weiterreden übst. Du, fest mal kochen, weil deine Ehefrau es nicht machen wollte. Die trinkt jetzt einen Kaffee. Okay, hat sie auch verdient. Den Kindern geht's soweit gut. Ja. Die sind halt nur traurig. Du kannst dann auch... Du und deine gestohlenen Sachen. Und du? Hallo. Wer bist du denn? Salm, Salim, Salim, Benali. Okay. Ich hab keine Ahnung, wer du bist. Dann kannst du auch ein bisschen wegwerfen. Das Haus muss... Zurückgegeben, okay. Das Haus muss auch nicht wie ein Schweinestall aussehen. Geh mal hier, äh, drinnen spielen. Du kannst dir ja noch nicht aufs Töpfchen gehen. Das heißt, dass deine Mami nicht ins Inventar platzieren. Äh. Super. Schließe auf alle Sims verteilt 100 Laun ab. Toll. Hallo. Hat's jetzt geklappt mit dem Essen da ins Kühlschrank rein? Ja. Mam, äh. Mariechen, deine Mami wartet. Du musst mal aufs Töpfchen. So, und zum Festmahl rufen. Und hier ist jemand krank. Untersuchen, wo gehen wir in der Winkung? Nee, sorry. Wir gehen jetzt wieder zur Tierklinik. Macht keinen Sinn, wenn die jetzt auch den ganzen Winter hier krank sind. Der wurde ja auch vom... Was war das? Ein Eichhörnchen angegriffen. Ganz kurz gucken, wie lange ich aufnehme. hoffentlich dauert's auch nicht mehr so lange, weil die letzte Vergebauung war kürzer. Diese ist länger, so eingeteilt so, ne? Entschuldigung, musst du nochmal trinken. Und jetzt... Hä, wieso gehst du jetzt schlafen? Hallo, Sims. Was ist los heute mit euch? Ihr funktioniert nicht so, wie ich es möchte. So, wo, 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 wo... Quintel und bei. Let's go. Oh, Mann. genau beim Winterfest Winterfest muss ein Tierchen krank sein Büropersonal wird angeheuert ja ne so viel Personal ist jetzt auch nicht da ne glaube ich zumindest ach ich labere rum wie ein Blödsinn man 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 so hier ist auch noch ein neues Outfit von Naya Winteroutfit finde ich auch super halt Kleidungsstücke mit äh aus dem neuen Pack also nicht neuen Pack wie heißt das wie heißt das nochmal Winterparadies heißt das Winterparadies ja keine Ahnung das heißt nochmal auf Toilette dann können wir uns nochmal so ein bisschen trösten was das denn hey Naya ich bin momentan echt am Boden nichts scheint zu klappen ich dachte wenn mich jemand aufheitern kann dann du versuch ihn aufzuhaltern rate ihn zusammen nee versuch aufzuhaltern ah ja ich glaube das stimmt erhelle die Welt mit meinen Lächeln ich fühle mich schon viel besser danke Naya ich habe zwar keine Ahnung wer du bist aber bitteschön das tut Naya sehr gerne Mädel machst du jetzt dein Ding oder nicht hallo hä ist das jetzt kaputt gegangen hä was machst du denn für ein Stuhlgang dass es nicht so funktioniert wie du es möchtest du bist gerade auf dem Tuch auf dem Klo ich habe mich jetzt mit meiner eigenen Spucke verschluckt wegen dir teure Behandlung ich weiß jetzt nicht mal was unser Oreo für eine Krankheit hatte weil du einfach nicht auf den Schacht gehen kannst endlich geht doch ach man ich weiß auch nicht woher ich diese Screenshots sucht habe aber mit diesem Akzent wo Oreo wieder gesund ist höre ich auf ich lasse den Tag einfach jetzt also ich spiele ihn jetzt einfach zu Ende also ich spiele ihn gleich wieder nach Hause und dann werden wir morgen also morgen Simsmorgen irgendwann mal wenn ich wieder Zeit habe Gaias Geburtstag ne nicht Gaias Naya's Geburtstag feiern und dann ist es mit der vorbei also im Sinne dann ist sie nicht mehr ein Teenager dann ist sie endlich eine junge Erwachsene und dann geht es mit der Geschichte weiter so ich hoffe es hat euch gefallen es ist länger geworden als ich es wollte ich wünsche euch einen schönen Tag wann auch immer ihr es euch anschaut und wir sehen uns halt beim nächsten Mal Tschüss ich Vielen Dank.